Meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute die Alina bei mir. Die hat naturrote Haare, die hatte noch nie eine Dauerwelle. Und darum machen wir natürlich heute eine schöne Dauerwelle. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.